Na, Charlina streichelt gerne mal den Fender. Ja, ja. Auch von guten Bros. Also mein Ziel ist es in Amerika, einmal Sex mit einem Alligator gehabt zu haben. Ich hab ein bisschen Angst um meine Katzen, ehrlich gesagt. Ja, ich hab's hier ausgemacht! Oh mein Gott, das ist immer für euch!